Ich grüße euch und heiße euch zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele willkommen. Heute erkläre ich euch das Spiel Der geheimnisvolle Spiegel von drei Magierspiele. Und wie es der Name schon vermuten lässt, geht es in diesem Spiel um einen geheimnisvollen Spiegel, den ihr auf dem Dachboden eines Hauses gefunden habt, in dem es angeblich spuken soll. Aber bevor ich euch erkläre, wie dieser geheimnisvolle Geisterspaß funktioniert, zeige ich euch, wie ihr das Spiel vorbereitet. Als erstes stellt ihr den Spiegel in der Mitte des Tisches bereit und legt den Zauberstab zurecht. Dann nehmt ihr die Zaubersymbolplättchen mit den unterschiedlichen Symbolen und legt diese verdeckt bereit, sodass die Sternseite nach oben zeigt. Außerdem bekommt dann jeder Spieler so eine Leiter, die er vor sich zurechtlegt, und ein Magierplättchen. Dieses Magierplättchen steckt ihr dann unten in die Leiter rein. Tja, und dann kann es auch schon losgehen, indem der jüngste Spieler beginnt oder der Spieler, der als letztes in einen Spiegel geschaut hat. Ziel des Spiels ist es, euren Magier diese Leiter immer weiter hinaufklettern zu lassen. Und immer wenn ihr so ein Zaubersymbolplättchen gewinnt, steckt ihr dieses unten in eure Leiter hinein, wodurch euer Magierplättchen eben die Leiter immer weiter hinaufklettert. Und um so ein Zaubersymbolplättchen zu gewinnen, seid ihr abwechselnd an der Reihe. Wer am Zug ist, nimmt den Zauberstab und stellt den Spiegel so vor sich hin, dass die weiße Rückseite zu ihm zeigt und die Spiegelseite zu den Mitspielern. Dann zieht er so ein verdecktes Zaubersymbolplättchen und schaut sich das Symbol da drauf geheim an. Wenn er damit fertig ist, aktiviert er den Zauberstab und versucht jetzt, dieses Symbol auf der Rückseite des Spiegels zu zeichnen. Die Mitspieler werden dann auf der Vorderseite ein geheimnisvolles Licht entdecken und versuchen zu erraten, welches Symbol dieses Licht darstellen will. Und das sieht zum Beispiel so aus. Na, habt ihr erraten, was ich gerade gezeichnet habe? Richtig, eine Sonne. Dabei könnt ihr während des Zeichens immer einfach reinrufen, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt erraten, welches Symbol gesucht wird. Tja, und wenn ihr das richtige Symbol erraten habt, bekommt ihr dieses Zaubersymbolplättchen und steckt dieses unten in eure Leiter. Der Spieler, der das Symbol richtig erraten hat, erhält jetzt außerdem noch den Zauberstab und wird nun seinerseits sich geheim ein Zaubersymbolplättchen anschauen und dann versuchen, dieses Symbol auf der Rückseite des Spiegels zu zeichnen. Und so spielt ihr Runde für Runde und gewinnt immer mehr Zaubersymbolplättchen, bis euer Magier wieder zu sehen ist. Und wer das als erstes schafft, der gewinnt das Spiel. Ihr seht, der geheimnisvolle Spiegel ist ein spannendes Zeichenspiel für Groß und Klein mit einfachen Spielregeln und tollem, stimmungsvollem Spielmaterial. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal, euer Pion.